Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über BTS. BTS haben die Welt im Sturm erobert und wenn du die koreanische Boy Group noch nicht kennen solltest, dann verraten wir dir hier die 10 spannenden Facts über BTS. Denn spätestens seit ihrem neuen Album Map of the Soul solltest du BTS kennen. Achtung, Suchtfaktor garantiert. Wir haben ein paar BTS Fakten rausgesucht. Fakt Nummer 1. Die Boy Group BTS stammt aus Südkorea. Lange war Musik aus Südkorea in Deutschland eher weniger angesagt. Dennoch hat K-Pop eine treue Fanszene bei uns. Die Lieder sind meist auf koreanisch und mit einigen englischen Wörtern. Fakt Nummer 2. Dafür steht der Name BTS. BTS steht für Bang Tang Son Yeon Dan. Sie werden auch Bang Tang Boys genannt. Auf Deutsch bedeutet dies kugelsichere Pfadfinder. 2017 hat die Band aber diese Bedeutung geändert und die Abkürzung steht für Beyond The Scene. Deutsch hinter der Szene. Fakt Nummer 3. Das sind die Bandmitglieder. BTS besteht aus sieben Mitgliedern. Jin Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook. Fakt Nummer 4. So alt sind die Jungs. Jin wurde am 4.12.1992 geboren. Suga wurde am 9.03.1993 geboren. J-Hope wurde am 18.02.1994 geboren. RM wurde am 12.09.1994 geboren. Jimin wurde am 13.10.1995 geboren. V wurde am 30.12.1995 geboren. Und Jungkook wurde am 1.09.1997 geboren. Fakt Nummer 5. Die Band wohnt und arbeitet in Seoul. Die Bandmitglieder wohnen aktuell in einer der teuersten Wohngegenden in Seoul, der Hauptstadt von Südkorea. Keiner der Mitglieder stammt ursprünglich aus der Hauptstadt, sondern aus anderen ländlicheren Gegenden von Südkorea. Fakt Nummer 6. Die Fans von BTS heißen ARMY. Auf Koreanisch wird es wie folgt geschrieben. Fakt Nummer 7. BTS wurde von einem Plattenlabel gegründet. In Südkorea gehen Plattenlabels selbst auf die Suche nach ihren neuen Stars. So hat das Label Big Hit die Mitglieder von BTS gecastet und zusammengebracht. Gegründet wurde die Band dann 2013. Fakt Nummer 8. Darum geht es in den Songs von BTS. Normalerweise schreibt das Plattenlabel K-Popstars die Songs von BTS. Doch BTS hat kreative Mitsprache und beteiligen sich an der Produktion. In ihren Texten geht es um folgende Themen. Geistige Gesundheit und Gleichberechtigung für Frauen. Eines ihrer wichtigsten Themen sind Ehrlichkeit und persönliche Selbstbestimmung. Fakt Nummer 9. BTS spenden an Hilfsbedürftige. Durch den weltweiten Erfolg von BTS haben die Mitglieder von BTS sehr viel Geld verdient und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Immer wieder gibt es Hilfsaktionen für Arme. Entweder wird Geld gespendet oder sogar Reis, das Grundnahrungsmittel in Korea. Fakt Nummer 10. Bangtang Boys sind die erste koreanische Band, die in den USA erfolgreich ist. Auftritte im amerikanischen TV, gemeinsame Songs mit den US-Superstars wie Nicki Minaj und eine große Tour durch Amerika und seit Monaten auf den obersten Plätzen der Charts. Das hat vor BTS noch keine Band aus Südkorea geschafft. So, das war es schon wieder mit 10 Fakten über BTS. Falls es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, was euer Lieblingsfakt war und schreibt mal, ob ihr schon mal was von der Band gehört habt beziehungsweise wie lange ihr sie schon kennt. Schreibt natürlich auch in die Kommentare, welches euer Lieblings-BTS-Mitglied ist. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.